Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und ich hoffe, dass jeder irgendwo einen Platz gefunden hat. Und das Thema der heutigen Abschlussveranstaltung ist Zeit. Und wir haben das dieses Jahr anhand von einem Kinderbuch gemacht, wie schon vor zwei Jahren. Dieses Jahr ist es das Kindertum. Und das Thema der heutigen Abschlussveranstaltung ist Zeit. Tick-Tack, Tick-Tack, im selben Rhythmus. Tick-Tack, Tick-Tack. Tick-Tack, Tick-Tack. Tick-Tack. Das war's. 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 Das war's.